Am heutigen Dienstag kommen gute Nachrichten rund um den Globus an die Wall Street. Denn die Notenbanken sowohl in Asien, also in China und in Japan haben tatsächlich Stimulus und gute Statements abgegeben, sodass die Börsen dort kräftig zulegen konnten. Bei der Bank of Japan heißt es von Seiten des Präsidenten Ueda, dass man das Potenzial, dass er das Potenzial für eine Zinserhöhung im Oktober tatsächlich für sehr gering erachtet. Im Grunde wird vor der Wahl des neuen Ministerpräsidenten in Japan in Sachen Zinsanhebung nichts passieren. Frühestens im Dezember oder Januar wird mit einem möglichen Zinsschritt gerechnet. Viel stimulierender wirkte die People's Bank of China. Sie senkte sowohl den Reverse Repo-Satz um 0,2% auf jetzt 1,5% als auch den Satz für die Geschäftsbanken, den Mindestreservesatz um 0,5%, um die Wirtschaft zu stimulieren. Beides hat geklappt. Wie es sich auf die Wall Street auswirkt, darüber spreche ich jetzt. Den besten Börsenhandelstag seit über vier Jahren hatten die Festlandaktien in China. Der CSI 300 konnte insgesamt 4,33% zulegen als Folge des Stimulus-Paketes, dem größten seit der Corona-Pandemie seitens der People's Bank of China. Auch der Hang Seng und der Shanghai Composite lagen mit gut 4,1% deutlich im Plus. Der gordische Knoten erscheint für den Moment, der die Börsen dort in Atem hält, mit schwacherer Binnennachfrage etc. erscheint durchschnitten zu sein. Zumindest wenn man sich die Aktienkurse dort anguckt, denn es gab kräftige Zuwächse. Aber es ist auch tatsächlich sehr nötig, denn die Immobiliennachfrage und das Geld, sie sitzen nicht so locker bei den Chinesinnen und Chinesen. Dementsprechend nicht verwunderlich, dass die People's Bank ihrer Verantwortung versucht gerecht zu werden und zumindest die Kreditvergabe und die Kreditkondition in Sachen Geschäftsbanken und Konsumenten erleichtert beziehungsweise vergünstigt. Dementsprechend ging es nach oben, nicht verwunderlich für den Nikkei 0,6%, denn auch das Thema Zinsanhebung ist erst mal auf Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres vertagt. Gleichzeitig gab es makroökonomische Daten aus Taiwan, auf der Exportseite ging es um 9,1% nach oben, erwartet worden da nur Zuwächse um 8,2% und im Juli waren es sogar nur 4,8% gewesen. Also, da läuft es sozusagen. Ein gemischtes Bild kam von den Einkaufsmanager-Indizes aus Japan. Analog zu dem, was wir in Amerika gesehen haben, stellen wir fest, in der Industrie gibt es leichte Schwächen, wenngleich die beim Rückgang in Japan von 49,6 auf 49,6 Punkte nicht ganz so dramatisch ausgefallen sind, wie in Europa beispielsweise. Aber im Dienstleistungssektor, da gab es bei den Einkaufsmanager-Indizes eine positive Überraschung. Die Konsensschätzung lagen bei 53,7 Punkten. Am Ende kam für den August, für den September 53,9 Punkte raus. Und Toyota hat in Japan angekündigt, dass nachdem die Aktie dieses Jahr 27% rund gefallen war, dass man das Aktienrückkaufprogramm, was man schon initiiert hat, nochmal aufstacken möchte. Insgesamt hat man sich jetzt 8,31 Milliarden US-Dollar an Volumen gesichert, so ein Reuters-Bericht. Gleichzeitig gibt es auch Neuigkeiten in Sachen Geopolitik, denn aus Washington heißt es, dass man nicht davon ausgehe, dass die Israelis mit einer Bodenoffensive gegen die Hezbollah im Libanon reagieren werden. Man hat relativ viele strategisch wichtige Ziele ausgeschaltet, so die Administration in den USA, und gehe davon aus, dass diese Schwächung der israelischen Administration reicht, um tatsächlich nicht weiter die Situation zu eskalieren. Gleichzeitig heißt es vom iranischen Präsident, dass man nicht auf einen Krieg mit Israel aus sei. Also auch hier deeskalierende Worte. Also für den Moment bedeutet das, Ölpreise, Goldpreise verharren auf sehr hohen Niveaus. Zudem hat die US-Administration bekannt gegeben, dass sie eine weitere Truppenverlegung in den Nahen Osten, aber nur in überschaubarem Maße vornehmen möchte, um die Situation weiter zu stabilisieren. Darauf läuft es auch im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hinaus. Zelensky wird ja zu Joe Biden, dem Präsidenten, reisen. Und er hat laut einem ABC News Interview die Erwartungshaltung, dass der Krieg möglicherweise schneller enden könnte, als das von den meisten Politikerinnen und den Gesellschaften auf der Welt angenommen wird. Wenngleich der tschechische Präsident Pavel angekündigt hat, dass möglicherweise Zelensky und die Ukraine sich mit Gebietsabtretungen im Rahmen eines Friedensprozesses werden abfinden müssen. In Sachen Politik Washington gab es neue Umfrageergebnisse, die die Präsidentschaftskandidatin und Vizepräsidentin Harris im wichtigen Swin State Pennsylvania vorne sehen. Eine Reihe von Daten weisen darauf hin, dass Trump die Nase in Arizona, Georgia und North Carolina vorne haben könnte. Gleichzeitig gibt es aus den Reihen der Republikaner Stimmen, die Donald Trump versuchen dazu zu bewegen, einem möglichen zweiten TV-Duell mit Kamala Harris zuzustimmen. Wenn, würde das auf CNN stattfinden. Trump hatte das bisher kategorisch ausgeschlossen. Aber Parteifreunde und Berater sagen, Donald Trump hatte eine so schwache Performance in diesem ersten TV-Duell und das Rennen um die Präsidentschaft sei so knapp, dass eine verbesserte Performance in einem möglichen zweiten TV-Duell doch eher dafür sorgen würde, dass mehr und mehr unentschlossene Wähler den Weg an die Urne für Donald Trump gehen würden. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Gleichzeitig gibt es weitere Meldungen aus den Reihen Donald Trumps und seinem Wahlkampfteam, dass führende Republikaner sich fragen, welche der vielen angekündigten Steuererleichterungen am Ende des Tages bei einem Präsidenten Trump überhaupt umgesetzt werden könnten. Und gleichwohl ist es ganz wichtig zu beachten, dass allein die Zinslast der USA pro Jahr 2 Billionen US-Dollar beträgt. Also da ist nicht viel mit wirklichen Geschenken an die Industrie, an Corporate Amerika, sondern man muss tatsächlich die Fiskalpolitik unbedingt in den Griff bekommen. Gestern die Meldung, dass man den Shutdown gerade nochmal verhindert hat. Dieser hätte am 1.10. gedroht. Aber das Problem ist nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Egal wer Präsident oder Präsidentin wird, dessen muss man sich annehmen. Kommen wir zu Unternehmensnachrichten aus den USA. General Motors gehörten zu den schwächsten Aktien im S&P. Man hatte mit negativen Analystenkommentaren unter anderem von Bernstein zu kämpfen, die die Bewertung nach unten genommen haben. Und am 08.10. wird es dann ein Analystentreffen geben, wo gleich der Markt davon ausgeht, dass möglicherweise eine Gewinnwarnung ausgesprochen werden könnte. Hohe Lagerbestände und geringere Auslieferungszahlen werden befürchtet. Die Quartalszahlen, die das Ganze dann nochmal belegen, gibt es von General Motors am 22. Oktober. Europas führender Batteriehersteller Northvolt muss 20% seiner Belegschaft oder 1.600 Menschen entlassen, denn die Geschäfte mit EVs, vor allen Dingen in Europa, laufen alles andere als gut. Und die möglichen Strafzölle, die greifen, sorgen auch nicht dafür, dass die Absätze und die Preise so sind, dass in Europa die Nachfrage nach EVs steigen wird. Und einzig die EV-Nachfrage ist bei Tesla gestiegen. Die Barclays-Analysten gehen davon aus, dass es 470.000 Fahrzeuge analysiert aufs Jahr werden könnten. Beim Autobauer aus den USA ein Plus von 8%. Am 10.10. zudem der Robotaxi-Tag in China. Wenngleich die Schwierigkeiten, die man sieht aufgrund der Tatsache, dass die amerikanische Administration ja etwas gegen Software und Hardware-Transfer nach China hat, möglicherweise für Elon Musk noch ein Stolperstein werden könnte. Bei GameStop gab es ein At-the-Moment-Angeburtsprogramm, also den Verkauf von Aktien direkt über die Börse. Das Unternehmen hat damit 400 Millionen US-Dollar einnehmen können. Das verfügt jetzt über einen Cash-Bestand von 4,6 Milliarden, was ungefähr 50% der derzeitigen Marktkapitalisierung ausmacht. Also ein guter Grimm, möglicherweise bei diesen Aktien mal zuzugreifen. Neben einer Gewinnwarnung gab es bei Levi Strauss eine Meldung, dass man möglicherweise mit dem R&B und Soul-Superstar Beyoncé zusammenarbeiten könnte, um das Brand, um die Marke nach vorne zu bringen. So ein Bericht in CNBC. Bei Nike, die hatten sich seit der letzten Woche ganz gut entwickelt, die Aktien gibt es ja am 1. Oktober Zahlen. Die könnten tatsächlich, so die Analysten von Goldman, noch mal schlechter ausfallen, aber grundlegend sehen die Analysten ein gewisses Upside, denn eigentlich sollte dann, selbst wenn die Zahlen Hiobsbotschaften beinhalten, alles im Aktienkurs eingepreist sein und das Schlimmste überstanden. Der neue CEO hat den Laden sozusagen vor sich, räumt ihn auf, bringt das Unternehmen wieder nach vorne und dem Ganzen werden gute Chancen eingeräumt, dass sich das dann auch perspektivisch auf den Aktienkurs positiv auswirken wird. Bei Constellation Energy, da haben man in Pennsylvania der Gouverneur Shapiro gesagt, der war ja auch mal im Rennen als möglicher Vize von Harris, dass man den Vorgang des Netzanschlusses des Reaktors jetzt vorantreiben möchte und dem Ganzen tatsächlich eine gewisse Aufmerksamkeit widmet. Gleichzeitig wird vermeldet über Reuters, dass der Deal zwischen Hess und Chevron, 53 Milliarden US-Dollar schwer, noch diese Woche die Genehmigung der Federal Trade Commission bekommen könnte und dann endlich der gordische Knoten, was diese Übernahme betrifft, durchschlagen werden könnte. Der CEO von Sanofi betont in einem Reuters-Interview, dass das Unternehmen dank der Einführung neuer Medikamente vor einer neuen, starken Wachstumsphase steht. Dementsprechend nicht verwunderlich, dass die Aktie davon für den Moment profitieren kann. Aus der Industrie gab es Zahlen bei Luft- und Raumfahrtunternehmen Air mit bescheidenem Aufwärtspotenzial für das erste Quartal. Die Earnings per Share sind mit 85 Cent besser ausgefallen als die 82 Cent Konsensschätzung und auch der Umsatz lag mit 662 Millionen leicht über den Konsenserwartungen von 645 Millionen US-Dollar. Insgesamt war die Aktie aber nur leicht in grün unterwegs. Die Gewerkschaft von Boeing reagiert mit Wut auf das Angebot, das die Boeing-Führung den Gewerkschaftern und den Mitarbeitern direkt gemacht hat, was vorsieht Lohnerhöhung von 30 Prozent über die nächsten vier Jahre, die Wiedereinführung einer Leistungsprämie, Verbesserung der Altersvorsorgebezüge und die Verdopplung einer Ratifizierungsprämie auf 6.000 US-Dollar. Allerdings nur, und das ist der Pferdefuß an diesem Angebot, dieses gilt nur bis diesen Freitag. Wer dann nicht zugestimmt hat und sollte das keine Mehrheit sein, dann wird dieses Angebot nicht mehr gültig sein. Die Analysten von Goldman denken, dass trotz der aktuellen Schwierigkeiten rund um den Streik sich das operative Geschäft von Boeing weiter positiv entwickelt wird. Sie sehen eine gute Performance für die Aktie, sehen beim Kursziel 202 Dollar als faire Bewertung und geben der Aktie einen Daumen hoch. Bei John Deere, dem Agrar-Maschinenhersteller, gibt es eine Meldung, dass Donald Trump mit 200-prozentigen Zöllen dem Unternehmen ganz direkt droht, sollte das Unternehmen seine Produktion teilweise nach Mexiko auslagern und die produzierten Fahrzeuge dann in die USA einführen wollen. Bei Adobe, die am Montag besser abschnitten als erwartet, waren es vor allen Dingen die bevorstehende Max Conference, die zwischen dem 14. und 16. Oktober stattfinden und die möglicherweise Einblicke über die aktuelle Geschäftsentwicklung geben könnte plus positive Analystenkommentare, die die Aktie beflügelt hatten. Bei Amazon plant man eine neue Alexa, die soll noch dieses Jahr rauskommen und das, obwohl die KI-Sprachmodelle und die Software, die man benutzt, schwächer ist als die der Konkurrenz. Eine M&A-Meldung gibt es auch für das OpenAI-Startup-Konkurrenten Anthropic, denn man hat es geschafft, bei einer Seeding-Runde Geld einzusammeln. Das ist die Rede zwischen 30 und 40 Milliarden US-Dollar, was gleichzeitig die Marktkapitalisierung und die Bewertung des Unternehmens verdoppeln. Bei Meta hat man aus den OpenAI-Bestrebungen für die künstliche Intelligenz und die Assistenten, die dort manchmal verwendet werden, prominente Stimmen zu nehmen. Wir erinnern uns an den Fall von Scarlett Johansson, die geklagt hatte, dass die Stimme, die dort teilweise von OpenAI benutzt wird, für ihre Sprach-KI doch der ihrigen ziemlich dolle ähnelt, ohne dass man einen Vertrag geschlossen hat. Daraus lernt Meta und hat vorgestellt, dass es prominente Stimmen geben wird, die jetzt die KI-basierten digitalen Assistenten verwenden. Und man hat mit vielen prominenten Verträge geschlossen, so eine Reuters-Meldung. Das Kreditkartenunternehmen Visa setzt sich einer Kartellklage konfrontiert seitens des US-Justizministeriums, nachdem die Geschäftspraktiken des Unternehmens in den letzten Jahren überprüft wurden und den ein oder anderen Stein der Kritik mit sich bringen. Dementsprechend nicht verwunder ich, dass die Aktie schwächer ist. Die Washington Post gibt zudem bekannt, dass rund 25% der Mitarbeiter ihres Softwareunternehmens ARKXP entlassen werden müssten. Zahlen gab es auch noch von AutoZone. Die meldeten im vierten Bereich einen Gewinnrückgang auf nur noch 51,58 Dollar pro Aktie. Erwartet worden waren ein deutlicherer Anstieg auf 53,48 Dollar. Auch die Inlandserlöse sind nur um 0,2 Prozent gestiegen. Erwartet worden waren ein Anstieg um 1,1 Prozent. Die Bruttomarge schwächelt. Und das Management betont nochmal, dass die Probleme tatsächlich operativ im Inland zu finden sind und zeigt sich gleichzeitig, betont optimistisch und positiv, was die Auftrags- und Geschäftssituation im internationalen Ausland betrifft. Bei Tor Industries gab es zumindest im abgelaufenen Quartal gute Zahlen. Sowohl bei den Earnings per Share als auch beim Umsatz konnte man kräftig zulegen. Der Ausblick für das Gesamtjahr allerdings, und das ist der Pferdefuß an dieser Stelle, er ist nicht ganz so positiv. Man erwartet nur einen Umsatz von 9,4 Milliarden. Die Konsentschätzungen lagen bei 10,4 Milliarden. Und bei den Earnings per Share aufs Gesamtjahr gerechnet nur 4,50 Dollar. Hier waren 6,36 Dollar erwartet worden. Das war es von meiner Seite für den heutigen Dienstag. Ich wünsche einen guten Handelstag und freue mich auf den morgigen Mittwoch mit Ihnen, wenn Sie wollen und wenn Sie Lust haben. Bis dann. Tschüss, tschüss. Patrick Doyle aus Bis zum nächsten Mal.